So, dann muss ich das noch machen und das noch machen. Oh, äh, oh, äh, hallo, ähm, äh, äh, ja, äh, hallo, herzlich willkommen hier bei, was spiel ich denn hier? Ach, Eis, genau. Herzlich willkommen zu Eis. Wir spielen heute, genau, wir spielen heute mit Karl, genau, und zwar auf Albtraum. Ich will nicht, ich will nicht, aber ich habe keine Wahl. Wir schaffen das, Leute. Wir haben Eierstücke aus Stahl und wir schaffen das. Ich hoffe es. Oh Gott, das wird so furchtbar werden. Das ist so weit, oder? Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, jetzt werde ich richtig abkacken. Aber lassen wir uns davon unterkriegen? Nein. Wir sind mutig. Der Karl kann uns nichts tun. Geh da rein. Oh Gott. Oh Gott. Also wie gesagt, der Karl kann uns nichts tun. Geh hier rein, geh hier rein. Oh Gott, ich habe Angst. Wie will ich? Wie will ich? Oh Gott. Oh Gott. Ach ne, es klappert noch. Es klappert. Es klappert nicht mehr. So, hier hin. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. So, hier liegt diesmal nix. Oh Gott, ich will nicht. Ich will nicht. Wo ist er diesmal? Hier ist er. Oh Gott. Das wird so furchtbar werden. Wo ist er jetzt? Ach du Scheiße. Hä? Ach du Scheiße. Oh Gott. Soll ich raus oder soll ich noch warten? Ich bin so hin und her gerissen. Ach du Scheiße. Guckt ihn euch an. Oh Gott. Ich könnte jetzt eigentlich in den Keller gehen, aber ich möchte zuerst nach oben. Oh Gott. Schnell, 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 schnell. Lauf, 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 lauf. Scheiße. Oh Gott, was war das denn gerade? Was war das denn? Ja komm, das waren wir nochmal. Es war ja nix hier. Oh Gott, oh Gott. Aber wie schnell der auf einmal ist, ey. So. Wie soll man das schaffen? Jetzt mal ohne Witz. Was war das? Was war das gerade für eine Optik? Total strange. Zack. So, weiter geht's. So. Weiter geht's. Du kannst mir gar nix, Karl. Ich spiele Klavier. Das mache ich hier auch mal Terror. Ja, klappe so viel rum, wie du willst. Ich habe keine Angst vor dir. Und jetzt verpiss dich. Ich muss dich ausrauben. Ich brauche Geld. Ich bin obdachlos. Ich brauche Geld. Hab mal ein Herz für Obdachlose, Karl. Jetzt mal ohne Witz. Was ist das hier eigentlich für ein Raum? Eine Abstellkammer, ne? Kann ich nicht einfach diesen Besen benutzen und ihm eine rüberhauen? Jetzt mal ohne Witz. Also ich würde das so machen. Aber Spieler haben ja keinen gesunden Menschenverstand. Fliederei. Oh Gott. So, hier irgendwas drin. So, jetzt bin ich schon wieder hier und traue mich nicht raus. 90% dieser Folge bin ich in diesem Raum, nur weil der Arsch so... ...schnell ist. Scheiße, ey. Ich will das nicht mehr. Ich bin zyklisch am Ende. Vor allem brauchen 30 Säcke. Sechs reichen mir doch schon. Ich würde hier so schnell wie möglich wieder raus wollen. Was geht mit meinem Charakter nicht. Jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt ist er natürlich oben. Ich kollabiere gleich. Jetzt laufe ich hin und her. Jetzt laufe ich hin und her. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt mal ohne Scheiß. Das kann doch nicht sein. Ja, Karl, leck mich. Du kannst mich immer schön am Arsch lecken, du Spacko, ja? Ich spiele jetzt hier Klavier, weil ich das toll finde, ja? Meine Fresse, ey. Dieser scheiß Karl hier. Bist du jetzt sauer, weil ich nicht so bin wie die Renate, hä? Bist du das? Ist mir scheißegal, Digga, ey. Ich nehme jetzt hier gleich diesen Besen und hau dir ein paar auf die Schnauze. Boah. Dieser scheiß Karl, ey. So. Zack. So, hier rein, schnell, schnell, schnell. So. Ist hier was, ist hier was? Hier ist nichts. Hier kommt wieder meine Lieblingssendung. Sag mal, machst du den Scheiß hier mal auf hier? Meine Fresse, ey. Da habe ich doch so einen scheiß Schlüssel. Boah, ey. Jetzt ist er im Keller. So. So, rein theoretisch. Lauf, 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 lauf. Oh Gott. Wir sind erst mal sicher. So, du druck mal was für mich aus. Gibt es ja ein schönes Buch, was ich lesen könnte. Ich meine, da muss er irgendwann mal müde werden. Oder kann ich mich nicht einfach in diesen Schacht da verkriechen? Das wäre doch auch noch eine Möglichkeit. Oh, hier liegt eine Safe-Kombi. So, meine Fresse. So, dann flitze ich schnell hier rüber. Ich weiß, in dem Regal waren auch noch zwei. Das ist mir jetzt scheißegal. Oh Gott. Oh, hier ist noch die Säge. Oh! Meine Fresse. So. Nimm ihn! Oh, meine Fresse. Los. Lauf, 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 lauf. Geh hier rein, geh hier rein. Oh Gott. Elf Stück haben wir jetzt schon mal. Ich bin hellauf begeistert. Und wie viel jetzt aus dieser Scheißbude wir rauskommen, weiß ich nicht. Oh Gott. Verdammte Scheiße, ey. Ich will nicht mehr. Er löst mich. Oh Gott, ey. Kann ich nicht einfach hier so aus dem Fenster springen? Warum sind die eigentlich so zugetackert hier? Meine Fresse. Oder kann ich ihn nicht einfach so mit dieser Flasche erschlagen? Ich meine, ich kann mich doch wehren, oder nicht? Das war die Uhr. Nimm. Geh da rein, geh da rein, geh da rein. Oh Gott, wir haben erst die Hälfte. Jetzt kommt auch noch dieser lange Gang, dieser lange Flur wieder. Oh Mann. Ich will ihn nicht. Scheiße, ey. Der kommt doch hier gleich bestimmt wieder rumgepäst. Oh Mann, ich will nicht. Ich verstehe mich hier drin auf ewig. Oh Gott. Ich will nicht, ich will nicht. Hier ist doch auch so ein Schacht. Kann ich nicht einfach hier auf den Tisch und dann durch die Schächte nach draußen? Ich meine, warum kann ich das nicht? Soll ich es fragen, Leute? Oh, ich möchte mich. Oh Mann. Ich will nicht. Wo ist er jetzt? Es ist ja immer noch oben. Gott. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Wo ist er jetzt? Jetzt war er unten, oder wie? Und jetzt ist er wieder oben. Ich kollabiere gleich. Kann ich nicht einfach hier so übernachten bei meinen Kartons hier? Weil hier könnte man sich doch so schön verstecken. Oh, ich möchte nicht, dass er mich kriegt. Oh Gott. Jetzt ist er wieder hier oben. Oh Gott. Vor allem alle zwei Sekunden kommt er hier angepäst. Wie soll ich das schaffen? Alter. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Was ist, wenn er jetzt da durchgekommen wäre? Oh Gott. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr. 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 Oh scheiße, ey. Ich will nicht mehr. Oh scheiße. Karl, warum machst du das mit mir? Ich hab dir nix getan. Na doch, ich hab dich beklaut. Aber das Geld brauchst du doch eh nicht mehr. Was willst du mit dem ganzen Geld noch? Oh Gott. Es ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Ich trau mich nicht aus. Hilf mir doch jemand. Also wie war es nochmal mit Wir haben Eierstücke aus Stahl und keine Angst. Ach scheiße, ey. Ich glaub, ich lass mich fangen, weil ich hab keinen Bock mehr. Wir werden's eh nicht schaffen. Und jetzt kommt der garantiert nicht, ne? Möchte ich wetten. Aber ich möchte ihn nochmal in Aktion sehen, ey. Will er mich verarschen? Jetzt kommt der nicht? Oh, ich kollabiere gleich. Och, hat mich die Ratte jetzt grad erschrocken, ey. Will Karl mich verarschen jetzt, wo ich mich fangen lassen will? Kommt der nicht? Das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Ah, jetzt kommt der gleich. Los, Karl! Fang mich! Kommt der jetzt auch mal langsam? Ey, will er mich verarschen, wenn ich jetzt, wenn ich losgelaufen wäre, dann hätte er mich gekriegt, oder was? Oh, Karl! Ach, Karl, jetzt komm, lass es uns beenden. Jetzt mal ohne Witz. Soll ich vielleicht noch hin und her laufen hier? Hui! Da kommt er ja schon. Hallo, Karl! Na? Ja. Oh, Gott. Ich bin so erleichtert jetzt. Also, ich bin froh, dass die nächste Folge wieder ein bisschen chilliger angeht. Wenn wir mit Karl im Hospital alles unsicher machen. Denn dann ist er auch wieder ein bisschen lahmarschiger und geschilder. Oh, Gott, ich bin jetzt sowas von fertig. Oh, Gott, wie soll man das schaffen? Aber jetzt, wo ich mitten im Gang stand, da ist er nicht alle zwei Sekunden aufgetaucht. Total die Verarsche. Aber garantiert, wenn ich den langen Flur entlang gegangen wäre, dann wäre er mir garantiert entgegengekommen. Oh, Gott, ach ja. Ach, ja. Na dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oh, Gott.